Hallo, ich bin Matthias Meier. Ich habe jetzt zuletzt zehn Jahre beim Freiburg FC in der Landes-, Oberliga- und Verbandsliga-Kick. Jetzt komme ich langsam ins Alter und muss ich auch mal nach alternativen Sportarten umsehen muss. Heute zu meinem Neuried beim Fußball-Golf und ich teste jetzt mal, was die Sportart so kann. Viele Fehlschüsse in Sandgruben später, muss ich sagen, das Ganze macht doch ziemlich Spaß hier, ist aber auch relativ anstrengend sogar. Den Bahnrekord habe ich deutlich verfehlt, aber ich denke, bei der zweiten Runde läuft das deutlich besser.